Herzlich willkommen zur sechsten Folge von HiOnLive. Es ist jetzt schon für mich etwas her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe und der Kamerawinkel ist jetzt auch etwas anders, weil der Selfie-Stick, den ich benutzt habe, einfach kaputt gegangen ist, aber sollte aufpassen. Spiel fortsetzen. Ah, doch auch. So. Juppie. Juppie Ich habe sogar die ganze Steirung vergessen, weil es wirklich schon mehr als zwei Wochen her ist Wir müssen nur die Sachen drehen, die wir über Sachen machen Nice, nice Einschießen auch immer So, unsere derzeitige Mission war, dass wir Jetzt reden wir später Hilft Docker Juppie erneut zu entkommen Kopfgeld Douglas Genau, wir waren jetzt in der Kopfgeldjagd auf Douglas, so weit ich weiß Wir haben noch einen Quasi Für uns gewonnen Oh, sie sind gute Kinder Ich kann nicht warten, sie zu Ihnen zu erzählen Und erzählen ihnen über alles, was du für mich getan hast Sie brauchen gute, starken Rollmodelle Ja, achso Da wo ich bin, oder? Da ist die richtige Richtung, oder? Ja Ähm Warte eine Minute Wo geht es um, oder? Es kann warm Wie geht es um peroch printed rein Aber Wie geht es um, müssen wir in 7000 Varianten Das heißt Die Hand washstollen Das heißt Aufsch загäuschst W glucos Ein Problem Das ist Ah ja genau Die Blöden schreiben jetzt Das heißt wir haben jetzt den F-Cop zum Schlagen, den Hut und den Schussverordnungen aufladen Ich glaube wir sind da hingegen Und unten den blauen Tracker für die Kisten Aber da wird keiner sein Ah ja Und dann Oh mein Gott Oh mein Gott Vielleicht zuerst schauen wohin und dann Geben wir den Respawn auf direkt Praktisch Ah ja der schon wieder Und da können wir unseren Ultilen nachladen Ich schnauze Äh ist die wieder Gibt es da irgendwo einen Stromkasten Oh ich mach auch diesen Da müssen wir wahrscheinlich irgendwo den Strom ausmachen oder so Hey 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 Neh Ah wir 셧 gut Geh Auf Geh Ja Na lobe kommt doch mal nehm Eeka Dingo gibt es so einen Knopf, dass man sehr kommen kann. Die sind nicht mehr in die OP, aber die Dropen waren dann so schnell wie ich sie nicht. Ja. 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 Mal schauen Ich habe jetzt schon Zweck mit dieser Aber das mit dem Strom müssen wir selber irgendwo lösen Und wo war der Knopf früher? Dass wir schauen müssen was es heute gibt T Ja das war weit zu vermuten aber schauen wir mal da Irgendwie Schaut irgendwie richtig aus aber wo sieht man das? Wegen dem da? Aber kommt das jetzt später Ich weiß nicht 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 Das ist Douglas'in office zu sehen Aber wir können uns nicht Wir können uns vielleicht zurückgehen können Ich weiß nicht Ich weiß nicht Da ist ja Die Spieltabelle da Wie die heißen Aber wieso? Es soll das sein, dass es nicht so gut ist. Aber wo muss ich hin? Da ist noch eine Kiste. Jo. Stimmt, ich habe nur einen Knife gebracht. Ah. Probieren wir es mal gut mit dem Knife. Und das nicht so weit. Und schon, dann lassen wir es gut sein. Und, boah, klingelt. Yay. What? Das ist ja nicht so... ...unfällig. Das ist ja nicht so gut. Das ist ja nicht so gut. Das ist ja nicht so gut. Oh, ja. Alter Knopf, aber noch nicht gegangen. Das war eh nicht F. Das ist so kompliziert. Irgendwie, weil die Knife passt zum Schwingen mit E und mit F. So zum Dog-Con-Protect machen. Schauen wir uns dann da oben. Geil. Oh. Aber ist okay. Den können wir anreißen. Ey, ey, ey. Geil. Und dann schaut die Waffen da an. Ich bin super. Ich habe nie gewusst, dass so, sagen wir mal, menschliche Waffen klingt so jetzt blöd. Du. Supermode in die Zyark. Obwohl ich super. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich es nicht so gut bin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du. Ich weiß nicht, was du ausgesehen hast. Du hast okay wieder Drive-Up. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber wenn ich den ganzen Kanister würde, dann würde ich es nicht überleben. So, wir können da oben, wollen wir weiter wahrscheinlich. Aber ich freue mich. Hast du noch? Ich bin immer wieder in den Einzimmer. I don't know. Irgendwie nicht. Es ist halt irgendwie so wenigstens ein Einzimmer. Change my mind. Dann nehmen wir den Licht. Das geht doch mal wieder weiter. Yeah. Ich habe die Waffen gerade versucht, einmal zu erzählen, was G3 bedeutet. Aber wir haben beide nicht gewusst. Das ist ja das Kartell in dem Game, was quasi unsere Welt erobert. Zumindest versucht, übrigens zu retten. Aber was heißt G3? Vielleicht hat er morgen dreimal geh. Krummelt und deshalb heißt es G3. Und da stehen wir schon wieder. Das war zuerst die Annahme von unseren Gatleon. Unser Dorn-Wattens. Und er, Chubby ist wieder da. Ach, gerade Jubi. Jubi! Jubi! Das okay, jetzt geht es umh! Ich denke, jetzt geht es jetzt umh! So.. Das ich was mir dreimal jetzt gelesen habe. Ich bin dran! Ist das nicht? Ich bin dran. Ist das nicht gut? Ich bin dran. Ich bin dran. Wie ist das bitte? Was? What the heck? You can do it! I have not done it. What now? Easy! I can't even know where I have to go. But apparently there one. What? Oh my god! You know how hard it is to solve a fucking bottle with a hangover? Well shit! Does that mean he's... What? I can't do it. Yo! What the fuck? What the... We have just... ...the boss... ... helped more or less. Achsel heilig! Prost! I can't do it. What? 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 Or... ... ... ... ... ... ... ... ... Was ist das? Schienen zerstört Yo Der hat mich fast verloren hebt Der ist nicht gut Boah Ah, der B Was soll ihn da leben kriegen Oh mein Gott Der irgendwie wieder der B kriegt Okay, okay, okay Oh Oh Alter Den Ich bin nicht mehr Ich bin nicht mehr Auch wieder der Dator Der geht mir weg für ein Weg Der macht aber auch einen Stronader Was ist passiert? Ich bin voll stuck Ich bin komplett stuck Wo ist er denn? Oh Anna B Ich auch mit Anna B Erumannschaft gekriegt Zu haben weil Anna B kommt Der war nicht so easy Okay Wo ist er los? Er versucht mich zu erinnern Und den großen Klimas Ich brauche zu kommen Es ist schlecht für meine Gesundheit Wer redet er? Oder die DNA von Douglas Okay Knifey Oh mein Gott Oh mein Gott Ja Ja Es ist ein bisschen nett und macabre wie ein Bugs Rival Rette Sweezy Was? Wo ist denn er hier? Das war What? Oh mein Gott Na Hallo Schön dich dich zu treffen Und danke für mich zu schützen Warum? Wie du nicht sterben? Wie du nicht mit einem Art von mir sterben bist? Hi Ich bin Schwede Danke sehr für mich zu schützen Wie ist das Dipsch Das ist die Fenix-Reeder-Topp. Dann muss ich essen. Zeitblase? Probieren wir es mal aus. Jetzt kann ich es machen, was wir versucht haben vorher. Das heißt, wenn wir uns auf die Waffen von ihm klicken. Oh, das ist die Fenix-Reeder-Topp. Ah, da ist es. Ah, das ist die Fenix-Reeder-Topp. Oh, was ist das los? Ah, das ist die G3-Topp. Ich werde einer zugelassen. Oh mein Gott. Schubelad ist auf dem Tisch. Oh, ich kriege. Da ist die Fenix-Reeder-Topp. Das ist die Fenix. Ench der Fenix-Rezer-Topp. Okay, ja, fuck that. Ich weiß nicht, wie man hier r 있다고 Ich glaube, ich habe einen Schaden geholfen. Ich habe einen Schaden geholfen. Was ist das? Oh, ich habe einen Schaden. Noch ein paar Wait a minute Wut Wut Die auch schon Das war nicht cool Wut Wut Jetzt geht's noch mal auf Das muss ich vorher machen oder so dass ich das nicht gewiss Geht weg. Verstecken wir sie. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Einen. Abfummen. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Ja. Verstecken wir sie. Geht weg. Ah. Na. Also ob man nicht auf die Scheibe ablesen kann. Jetzt macht ein Waffen schon fertig. So. Jetzt machen wir sie ein bisschen schneller. Ja. Oh mein Gott. Scheiße! Wir fallen! Okay. Es ist nicht meine Schuld, dass du es toujours beschwingst. Ich bin nicht ein Miracle-Worker-Worker. Ich kann nur Zeit langsamer. Das ist ein Miracle. Okay, du hast das. Just nice and easy. Hopp auf die Zeit langsamerheilige Scheibe. Warum? Kennst du das nicht aus? Ja, hier. Ich bin verletzt mit einem Dipps*** der kann nicht herausfinden, wie man einen Zettbubbel benutzen kann. So, was ist der Plan jetzt? Okay, oben bleibt mir, geht einer da. Ja, da oben hier, super. Gut, dass ich das jetzt angezeigt habe. Muss ich da eine neue Bubble machen? Nein. Warum schaffe ich das nicht? Wo ist aber auch nichts zum Connecten? Jetzt kommen wir noch irgendwie vor, wenn ich... Ey! Super. Jetzt können wir noch länger warten, auf einmal. Hallo. Bitte einmal. Funktioniert. Ja. Perfekt. So, dann hören wir da mal an den Punkt auf. Dann... Danke fürs Zuschauen. Falls dir die Folge gefallen hat, gehen da nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Bye.